Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Amen! Amen! Ein Akt der Nächstenliebe. Er ist drogensüchtig. Gott möchte, dass wir uns um ihn kümmern. Ich hab mir meine Sexualität nicht ausgesucht. Die war da, als ich geboren wurde. Was doch heißt, dass sie von Gott kommt? Von wem denn sonst? Du hast es doch alles nur, weil du nicht willst, dass jemand was merkt. Was? So auf Erden. Der Filmmittwoch im Ersten. Der Filmmittwoch im Ersten.